Die Verkündigung wird uns am Schluss vom Turnier durchgeführt. Das heisst, dass die Mannschaft zweitkampft durch sind. Jetzt gibt es die offizielle Graumverkündigung für alle Klasse und Kategorien. Die Räume ist, wie wir auf Rüder heimgehen und auf Rüder starten. Nicht so gut. Die Häuslinge ausgabt, jetzt nur gegen Rückgabe der Stadtnummer. Richtig. Und jetzt noch an unsere Helfer. Sie werden kurz und in beiden Ringen fertig sein. Sie sitzen gut. Sie sind frühzeitig auf dem Platz für einen Schichtwechsel. Wir werden kurz und in beiden Ringen fertig sein. Wir machen noch den Weg. Wir bringen uns dazu, dass die Häusler da sind und wir weiterfahren können. Merci.